ja das geht schon ja das ist schon musik so haben auch ein bisschen musik scheiße wasser ist so cool gewesen nur so als erinnerung die musik läuft auch meine fresse alter das radio läuft doch immer aus und aus weiter zeit immer jederzeit das radioschiene vorhaben spannung polen zu rennen absolut bester fass hier so ich brauche die nache so die zähne bewacht so und so ging du das sinn ist absolut kensie somebody clean this place out what sind ja gut all fine of the things from the simulation that means we don't have a single safe house in town right what the hell amass supposed to do about that not sure yet any hope you can give the gathering information on systems in the simulation would be useful i'll leave any tests i have for you in the quest section of your hub right any more big ideas just hanging there i promise i'll find a way to get you out don't drag your feet girl das war's jetzt bis zum ende die grundlagen geschafft so ein bisschen cash zum einkaufen und fucking level 2 so wer du der fahrzeug bist kann ich jetzt speichern so wie es vor uns machen wollte abbrechen 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 ok boni ich hätte gerne eine barge die datacluster sind zu erhöhen erst mal viel und so also ich bin schon pleite ja sowie dazu ok am besten an wir haben gerade schon die ersten sache markiert aber ich denke es wäre richtig vernünftigen erstmal heraus quest folgen so lernt die regeln 3 Samples aufhören. Alles klar. Jetzt kommt alle Objekte. Sie haben keine exakten Beispiele, aber ich markiere die generellen Beispiele für Sie. Äh, sicher. Sie müssen jetzt die Datenstücke sammeln. Schau Ihren Proximitmeter, um zu sehen, ob Sie näher zu der Cluster oder weit entfernt sind. Immer in die Mucke passt. So, es dürfte Gleis hier um die Ecke sein. Da, da ist es. Okay, die restlichen Autos fahre ich einfach ab. Die abzulaufen, die zu über 600 Meter. Okay, sagen wir weiter. Ist hier heute eine gute Karagra, die ich speichern könnte? Wasp? Oh, 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 oh! I get to be Paula. You're MC Scat Cat. No. I don't think so. The fuck you mean, don't think so. You're playing the goddamn cat. Not gonna happen. Alright, we come together. Ready, girl? And you know, it ain't fiction. No. Are you refusing a presidential order? Fuck. That. Man, you know, you just don't make an effort anymore. So cool, man. Oh, die Musik ist auch schade. Ich hätte jetzt gerne zusammen singen gehört. Das wäre jetzt cool gewesen. Aber da kommt noch was besseres. Erstens müssen wir hier ein Stück einsammeln. Ich habe schon gesehen. Durchfahren sollte reichen. Easy. So, eins brauchen wir noch. Nach können wir was absolut cooles verschalten. Das war ein Stück weit. Wie ist das so sinnvoll? Ich blöde. Wie ist das so sinnvoll? Es ist ein Stück weit. Es scheint, dass alles, dass das normal die Rögel der Stimme entdeckt, was vergrößt was, was das Angelegenheit entstanden. Wärme, aber ich habe das auch schon. Aber da sind die Daten so fragmented, es hat keine eine komplette subroutine zu verabschung in deine Codebase. Äh, ja, vergesse. Du wieder an Geek Speak. Es ist einfach. Je mehr Clusterte du hast, je mehr kann aufhörtern und alter deine Abilheit. Ich sollte das vorher schon mal. lol ich bin immer noch mit dem springen auf noch eins kommst du nicht für endlich mein mein upgrade haben Ouh. Der Karrus hat das nicht weiter. Saft. Ja, das ist so für's. so ziehen wir kurz dahin ja mit diesen daten können wir uns quasi immer wieder auf der bellen was es auf dem bedeuten wird zinniac trash my apartment that place should have been condemned a long time ago it was condemned es muss natürlich in ecke sein so kräfte wir können jetzt ein super sprint und den super sprung machen aber das ist nicht nur irgendwie super sprung und super sprint wir können sein auch mal gebäude hochspringen das war das glaube ich auch noch geil die sind die bildung die sind nach ich habe mich aufhalten ok test ist ihr super spieler running starten liebte da ab zu bilden so dafür gab es schon 2000 dollars beziehungsweise markt das wieder auf meinen nacken dankeschön gold müssen 50 sekunden über haben das bekomme ich denke ich ich mache das geil die simulation nicht nicht die 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 ich habe mich gut verpasst SPRING Oh Gott, das schaffe ich noch niemals Na ja, gut genug G-g-g-gut genug Die Grüne Kuh sind nur für den Schub da Okay, fuck, wohin hier? Okay Alles gut Ja, egal Einfach nur noch hoch mit, wir haben's Easy Keine Challenge für mich Fuck yeah Bring mir was schwereres Chaoslauf geschafft Ab jetzt können wir den richtigen Austurm meine Simulation Bronze erledigt Preis erledigt jetzt Geil 5.000 cash auf meinen Nacken So kurzer Level 3 Super Sprung Super Sprint Chaos Lauf Was soll ich zuerst machen? Im Prinzip haben wir jetzt ja So viele Sachen frech, die wir spielen können Ah, hier ist noch wichtig Ah, hier ist auch noch wichtig Chaos hat Das ist vielleicht ganz sinnvoll, bevor ich ihn mache noch das Chaos-Settings zu upgraden Äh, hier Boni Ich muss auf jeden Fall Am ersten Schönen Bruni machen So Gut Und mein Bagel klingt jetzt auch voll 8.000 Geil Okay Es war nicht so schlau, dass ich mich hier vorher warte, ich wäre noch ein Super Sprint Nervt Nervt man nicht So Das ist ja auch gar kein Magazin Komm, lad nach jetzt Nicht hinten ewig stehen Ja Oh fuck Oh fuck Okay, die haben nicht Das war's Oh Alter Haha, okay Schnell weg hier Ich habe sogar vergessen, dass ich gar nicht ewig sprinten kann Schnell weg hier Okay Okay, das war ein bisschen eine kluge Idee, das jetzt zurecht zu machen Wir sollten uns vielleicht in anderen Aktivitäten hochfahren Zum Beispiel Diese Datencluster, die könnte man schon mal suchen Die sind nicht über einer Stadt verteilt Oh Das Nap, da ich nicht ständig sprinten kann Schade So, hier Ich muss ja hoch Ja damit Wir werden auf jeden Fall Wir werden auf jeden Fall Noch eine Gute Gute Abschied des Spiels damit verbringen, das hier Die Dinger zu sammeln Weil die auf jeden Fall wichtig sind Weil die auf jeden Fall wichtig sind So Und rüber damit Oh, okay, gut genug Ich muss ja mal gucken, wie viel ich für ein Upgrade brauche Wenn sie vielleicht nicht auch schon upgraden kann So Versuch mal das Ding nochmal Aber dies Oh Das können die Dinge leichter machen Okay Musik passt diesmal Jawohl Das geht echt viel besser Oh Na los Headshot Perfekt Oh Da war ja schon die Amore Und egal Das tut's auf Ich hätte mich direkt hier oben hinstellen sollen Leute hat der eine bis jetzt bis jetzt pennt So Ist das ein Nero was gerade läuft Geil 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 Und wir sind Level 3 So Wie sieht's denn Apfel technisch aus Kann ich mir schon Jawohl Ne die Boni Ich muss immer erst auf die Boni warten Aber Fähigkeiten Fähigkeiten glaub ich schon mit irgendwas Superspringen Tempo Ne ich hätte gern Luftsturm 10 brauche ich dafür Ja Jetzt haben wir noch zwei Cluster Und da hinten aber auch noch rein Nein Sag was tust du Okay Ach ne Da kommen wir gar nicht ran Fuck Aber da unten Hier Die Stadt steht uns offen Geil Okay Mit dem Luftsturm Ist das nämlich schon mal ein bisschen einfacher So So haben wir mal ein bisschen raus Das ist jetzt so wie ich das haben wir Jawohl So datensammlungswahnsinn kann losgehen Wenn du etwas leiten haben wir es richtig sick Aber ich glaube wir müssen erst noch ein paar Level draufschlagen Naja So was geht denn hier so ab You like it here Sin is above all Natürlich So Chaoslauf mittel Ah das wird mich nicht aufhalten Gold 50 Sekunden über Okay Krieg mir hin Gib ihm Los Rennen Meinst du Wenn ich schnafe Nichts kann mich aufhalten Sondern mal noch die Kamerasteuer ein bisschen ändern Ich treff ja Ich treffe ja Dann weischt euch immer das Lauf über die Kamera Weil es halt Es leichter ist Wir sagen Wer Oh Gott Hier lange ist nicht lang Egal, passt so Alles gut So sage ich meinem Schub verloren Geil Nichts was mich aufhört So bis groß ist mein nacken ich habe es immer ein bisschen zeit um drauf wird dann stoppen die zeit kein hex oder so ich bin echt lang so dass ich versprennt ist ja auch für die ganzen ting abbilden alles was das mut und lernen wird auf jeden fall gut ab so ab hoch wie sie mein cash ist er auch in luft gestoppt auslaufen hier schade seit noch ein level ab habe ich gefeiert man kann es alles haben so was können wir noch zu erledigen die roten dinge ist immer auch mit feinden also davon aus dass er noch nicht unruhe herde sind die ich mal eben klären sollte datensammlungen hat ich hätte gerne das gleiten damals wenn wir dann stelle die stadt ziehen woher ist doch einfach warum soll ich die noch nicht machen spiel ist das was ich versuche zu sagen knapp verschätzt die störungsmission hier kann ich auch mal mal machen auch ziemlich nice ufo vandalismus schwierig ach schwierig erzähl doch ne oh gott ich habe vergessen mit dinger fliegt ich weiß gar nichts mehr wie war das wie war das da war immer welche zu irgendwas reißen nicht auch schwer also ist irgendwas ab schieß irgendwas ab ich habe mir keine besseren einzelziele Ah, hier unten Okay, dass ich leider nicht mehr zerstören könnte Komm runter damit Perfekt Mehr Zerstörung für alle Baby Okay, noch zwei Minuten Aber ich glaube, hier gibt es auch nicht ganz so viel da unten Nein, meine Puppe ist gestorben Ich hätte es nur noch gebraucht Okay, wir haben aber schon Bronze Die Aktivität ist so, sozusagen, schon zu schaffen Aber jetzt versuche ich nur noch höher zu kommen So, dort reparieren könnte ich jetzt Brauche ich aber nicht Geht doch so ganz gut Ich brauche mal einen Mülleimer Die Mülleimer sind immer so das, was am meisten bringt Ah, hier Hier ist gut Die Ampeln sind auch guter Moneymaker Sweet Oh, da unten Okay Das war nice Nein Kompis gestorben Hier noch eine Minute Alles gut Alles gut Noch kann ich Gott schaffen Wir haben noch irgendwo ein paar Ziele zu bringen Oh, hier, komm mal, ich muss gut abstorben Ah, sieht gut aus Nein Nein, ich komme schon wieder gestorben Ah, so wird das doch nicht Ich brauche ein paar Ziele mehr Da Ja Silber, jawoll Okay, wenn ich es jetzt noch schaffe Ein paar von den anderen markierten Zielen zu klatschen Vielleicht habe ich es vielleicht noch Hier, komm Jedem Haben wir noch irgendwas Nein Nein, die Kombi ist gerade gestorben im letzten Moment Okay, solange die Kombi noch geht, jawoll Wollt Solange die Kombi noch geht, ist immer noch Das ist gut Das ist gut Okay, ganz Grad so geschafft, keine 800.000 zu rechnen Aber auch schwer Jawoll 10.000 Perches Gold Nice Geld verdient für Profis Sweet